Wir freuen uns natürlich auch alle, auch selbst wenn wir der Verlierer sind, über so viele Likes wie ihr. Ich bin da ne unparteiche Schiedsrichter und darf mir ne Strafe ausdenken, unabhängig davon. Du würdest dich natürlich auch freuen, wenn wir so die 200 Likes nach einer Woche haben. Ja. Ja. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde mit dem Torben und dem Tobi und dem Flori. Hallo Flori, Tobi, Flori. What the fuck? Futuristic, die habe ich schon so lange nicht mehr gespielt. Endlich mal wieder ne Map, wo man eine richtige Übersicht hat. Die haben wir als letztes Mal in Folge 100 als Ikea-Challenge gemacht. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ah, hier war das still. Bin ich mir ziemlich sicher. So, Leute, bewegt euch, wir müssen in die Mitte, Flori, schnell. Ah, Junge, wir machen doch jetzt die Ikea-Challenge. Chill mal. Ganz easy. So, okay. Chill, mach mal. Ich hab noch 30 Blöcke. Achso, wenn ihr übrigens mal wieder Challenges wollt, schreibt das in die Kommentare. Schreibt Challenges in die Kommentare. Mit dem Hashtag Challenge. Nee, das war echt cool. Bin trotzdem okay. Weil da hat man so richtig viel mit der Community zusammen gemacht. Ja, okay, das stimmt auch. Unter jedem Video, das war einfach echt lustig. Wenn man sich echt Challenges aussuchen muss, dann die nicht langweilig sind und trotzdem ne rauszufahren muss. Ähm, ja. Ja, also ihr müsst wirklich Challenges finden, die man halt machen kann, die aber schwer sind. Und die wir noch nicht hatten. Und die wir noch nicht hatten. Das sowieso. Weil letztens haben viele geschrieben ohne Gold. Die haben schon ohne Gold und ohne Eisen gemacht. Ah, sowas ist ja langweilig. Wir haben nur mit Brunk. Ja, genau. Und deswegen macht das nicht viel. Was haben wir gemacht? Ohne Schwerter? Ohne Bögen? Ohne Bögen. Ohne Bögen. So wie du bist so ein Stutt konsequent. Nimm das Gold, nimm du das Gold, ich hab Rush gekriegt. Ja, ich auch. Egal, nimm das Gold, ich zerstör Grün. Wenn wir jetzt ne Challenge hatten, nur mit Bronze, dann macht es ja keinen Sinn ohne Gold zu machen, weil wir hatten ohne Gold und ohne Eisen, also sehr sinnvoll. Das ist, dass wir ohne Gold, glaub ich, auch mal separat gemacht haben. Weiß ich gar nicht. Doch, mein ich schon. Meinst du? Schön, dass du das meinst. Flo, renn mal direkt in die Mitte, weil da kommen welche, die wollen die Mitte, glaub ich, halten. Ja, ja. Aber, da hab ich ehrlich gesagt was dagegen, wenn man auf diese mal einmal die Mitte lange genug hat, dann hat man gewonnen. Ey, jetzt fand echt einiges an Gold machen. Ja. Ich hab jetzt schon 10 Gold, ich hol mir direkt Bogen und Eisenschwert. Ich hab nen Bogen. Oh, da kommt ein Gelber! Flo! Flo! Flo, hilf mir! Okay, hab ihn. Oh, ich. Oh, Tobi. Was? Ein Gelber ist ja noch mal drauf. Du erlebst ein absolutes Highlight hier, ey. Ja, dann hol den dir. Hey, ich bin ein Highlight. Ach, das ist... Lustig. Echt sehr amüsant. Tobi, jetzt hol dir doch den mal in der Mitte, damit ich nicht die Mitte halten kann. Du hast zwar nichts, aber trotzdem. Flo, geh. Komm, wir gehen jetzt zusammen, okay? Ja, ja. Nein, hier, nimm mal Eisen. Ich geh. Ich werde sterben für unser Vaterland, weil da ein Roter kommt. Für welches Vaterland? Für Deutschland? Ich hab Bots. So'n Arschloch. So'n Arschloch. Das ist ein Arschloch. Deutschland. 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 Tobi. Diese Nationalhymne sinken wir nicht im Internet. Im Internet. Der geht beim Bogen. Alarm. Ja, renn durch, renn durch. Renn durch, renn durch. Alles klar, ich bin auch da. Also Flo, du musst wissen, da in den anderen Runden war der Tom sogar teilweise noch behinderter. Hä? What the fuck? Ich war richtig gut. Also außer, dass du alles gemacht hast. Weil ich die ganze Zeit irgendwas gelabert habe. So von wegen... Ab dir da jetzt mal langsam... Weil der Flo macht nämlich auch beim Community-Amt 2.0 übrigens mit, weil der gehört zu unserem Kanal, Leute. Nein, der Flo hat seinen eigenen Kanal. Die schreien einfach, wie heißt Flo's Kanal? Ja, Flori... Ich kenne mal Torben Onaha und Flo mit Flori. Ja, genau. Also jetzt, um das ein für alle mal zu klären. Ich meine, auf unserer Website kann man das hinterher auch nachlesen, wenn die fertig ist, wenn die veröffentlicht wurde. Kann man eigentlich überall nachlesen, weil ich überall schreibe. Unser Kanal besteht aus drei Jungs und der heißen Torben, Flori und Tobi. Also... Ich möchte ja nicht sagen, aber da kommt ein Gelber auf. Ja, ja, der hat ja nichts. Also mein Name wird TH mit TH geschrieben. Und Flo ist... oder Flori... Flori... ist nur die Abkürzung... Nein, nicht Flori. Ne, Flo, stimmt, Flo. Tut mir leid. Weil... Früher... Früher habe ich immer Flori... Flo... Flori genannt. What the fuck, jetzt komme ich durcheinander. Alles klar. Ja... Auf jeden Fall ist es nur die... Auf jeden Fall ist es nur die Abkürzung für Florian. Flo! Hilfe! Oh... Ich habe ihn. Ich habe ihn. Doch, ich hatte nur noch zwei Leben. Ja, ich hatte zwölf Gold dabei. Den habe ich... Ey, da baut sich einer hoch. Den habe ich gerade so runtergeschlagen. Also ich... Achso... Und der ist einfach... Und der ist einfach... Ja, das sah richtig so aus. Ah, lustig. Ja, du wolltest weiterreden. Ne, jetzt weiterreden. Ist nur die Abkürzung von Florian. Und Florian wird... Und es wird ohne Haar gespielt. Aber für die Idioten unter euch... Aber für die Idioten unter euch könnt mich... ABO! Alter, wie ist der denn... Ich bin schön. Ähm... Flo, kennst du Liont? Nein. Der Flo kennt sich auf YouTube gar nicht aus. Also jetzt ohne Scheiß. Stimmt allerdings. Nein. Was ist der? Die Kanäle, die mich interessieren, schaue ich an. Ja gut, Liont wird dich wahrscheinlich echt nicht interessieren. Interessiert mich genauso wenig. Äh... Ja, natürlich interessiert das der Flo. Aber du musst dir einfach Broken Thumbs Video dazu angucken. Das ist mega geil. Boah, nee, nicht Broken Thumbs. Junge, das ist mega geil. Zieh das ran, bitte. Ach. Oder... Oder du ziehst dir den... Oder du ziehst dir den Diss Track von... Wie heißt der jetzt gleich? Gio, glaube ich. Flo weiß gar nicht, was das ist. Sicher weiß, Flo, was ein Diss Track ist. Nein. Doch Flo weiß, was ein Diss Track ist. Hä? Fuck. Hier ist ein Gelber, ich bin tot. Flo, raste doch bitte nicht so aus. Ja, raste doch bitte nicht so aus Flo. Raste doch bitte nicht so aus Flo. Was soll das? Das Problem hättest du ja locker lösen können, ne? Tobi, schieß ihn mal ab. Ich hab einen Mini-Lag. Tobi, schieß ihn mal ab. Ich hab einen Mini-Lag. Tobi, du sollst ihn abschießen. Okay, hab ihn. What the fuck? Ich hab ihn da wieder drauf geschossen. Im gleichen... Im... Ja, der Tobi hat ihn abgeschossen und im gleichen Moment... Hä, nee. Egal, ich hab einen anderen Bogen. Ich nehm grün. Ich nehm grün. Ich hab den besten Bogen. Ich nehm grün. Das kann nicht sein. Hacker. Ohne Spaß, Hacker. Ich nehm grün. Flo, in der Folge von heute hatte ich übrigens wieder einen Hacker. Die ist jetzt gerade vor vier Minuten rausgekommen. Jojojo. Nee, kannst du nachgucken. Weißt du noch einmal, als der Tobi diesen Lag hatte, wo er dann wieder auf dem Weg gebackt wurde? Oho. Und ähm, bei dem war es kein Lag. Bei dem war es ein Hack. Er wurde immer, wenn er runtergefallen ist. Ja, so einen hatte ich auch mal. Er wurde immer, wenn er runtergefallen ist, wieder auf dem Weg gebackt. Nein, ich hatte auch mal einen Fall. Also, er hat dabei, falls du das siehst. Hatte ich auch. Das war kein Brospam. Das war kein Brospam. Der Bogen war voll durchgezogen. Das Team hatte sich noch nicht in der Fall, wenn man nur... Ja, Junge. Flo, hast du meine Folge gesehen? Wir haben am Ende noch gewonnen. Wer denn? Ja, wir auch. Hast du meine Folge gesehen? Irgendwie Hacker erwischt oder so? Ja, doch. Irgendwie halb. Der hat sich hochgebaut und Skywalk angemacht und ist dann zu den anderen Teams. Ich hab dann noch so gesagt, der ist mega gut, Alter. Ich stell mich jetzt lieber zum Weg in die Mitte, damit ihr nicht unser Bett abkriegt. Und ich werde jetzt mit meinem Leben... Mann, Leute, Alter. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Ich stehe in der Mitte. Ohne Spaß, Alter. Quatsch. Die ganze Zeit macht nichts. Ja, lass doch jetzt mal quatschen. Und ich stand die ganze Zeit in der Mitte an unserem Weg und hab gesagt, ich werde unser Bett mit meinem Leben beschützen. Und genau in dem Moment wird unser Bett einfach abgebaut. Ja, das war das episch da in der ganzen Folge. Und ich hab's einfach nicht verstanden. Und dann... Und dann... Ne, hier ist keine Verbindung. Das ist ein Hacker. Dann hab ich kurz Zeit später wieder einen Hacker erwischt. Der hatte irgendwie... Wie heißt das? Kill Aura oder so? Ähm... Aimbot oder was auch immer? Kill Aura, Tom. Was meinst du denn? Ja... Er meint Kill Aura. Ne, ich weiß... Also... Dass man so... Ne, also er hatte auf jeden Fall Aimbot. Er hat sich ja... Ohne... Das ist Kill Aura. Nein, Aimbot ist auch kein Kill Aura. Kill Aura ist so, dass man schneller schlägt, oder? Nein. Ja. Und Aimbot ist, dass man... Den Gegner direkt anweset und schlägt. Deswegen... Ja, aber das hat Kill Aura. Und da kommen ganz viele grüne, Flo. Weswegen du gerade wegrenzt bist du. Nein, die haben keine Clip. Die kommen ganz viele gelbe. Ui. Ja, und grünen sind hier in der Mitte. Ja, die haben aber nichts. Ja, aber die kommen hinter dich. Der will dich jetzt töten. Naja, komm. Danke, Alter, Flo. Du bist so ein Spasti und Tom, du auch. Warum? Weil die sind jetzt schon... Die kommen, die kommen, die kommen. Der eine kommt zu seinem Bett. Ja, ja, und ich lass das den abbauen. Ja, ich bin... What the fuck? Du wurdest vom Bogen abgeschossen. Alter, was ist denn mit euch kaputt? Du wurdest vom Bogen abgeschossen. Was können wir denn dafür? Ich hab mir ein Eisenschwert abgeholt. Davor wurde ja auch getötet. Ja, aber ohne irgendwas zu sagen. Ja, aber ich wurde schon 10 mal. Gib mir Gold. Ja, ich... Ich verteidige die ganze Zeit die Mitte, Doby. Bescheidige ich immer nicht, sonst wären wir ganz schön am Arsch. Ja doch, ich war die ganze Zeit bei Grün, aber Flo macht irgendwie nichts. Doch, sicher. Flo verteidigt auch die ganze Zeit. Ist mir egal, jetzt gib mir Gold. Ich brauch Gold. Ja, hier. Ich bin erst einmal gestorben, also mach ich. Ich geh jetzt Team Gelb kaputt machen. Äh, das wird schwierig. Nein, das wird nicht schwierig. Ich hab die gerade alle getötet. Bis auf 1, 2, 3, die sich alle wieder equipen. Säcke. Gib mal einer TNT Schafe, ich will den Weg zu Gelb kaputt machen. Ja, ich möchte gerne noch 4 Gold. Hat irgendjemand TNT Schafe zufällig in der Tasche? Da kommt ein Gelber. Ja, den hole ich. Nee, ich hab nur noch die Hälfte der Leben. WTF, warum sag ich einfach, ich hole... Ach, ich hab ihn. Das war irgendwie ein Skillshot oder so. Ein Grüner kommt. Kack, Boss. Was hat das mit Boss-Bam zu tun? Das hat einfach mit Mitterhalt zu tun. Wir könnten vielleicht... Man könnte... Man könnte uns jetzt höchstens als Camper beleidigen, aber auf keinen Fall als Boss-Bam. Vor allem verstehe ich nicht, was alle gegen Boss-Bam haben. Das ist genauso... Ist eine Form von Bogenschießen einfach. Ist genauso wie Kritiken bei... Die Aufnahme wird kacke. Leute, schreibt mal bitte, ob die Aufnahme kacke wird, ok? Bitte jetzt in die Kommentare. Ja. Und am Ende auch nochmal, ob die Aufnahme kacke war. Also ihr müsst alle mindestens zwei Kommentare abgegeben haben. Sonst gibt's Stress mit der Hake. Achso! Hat aber gedauert. Ah! Loll! Sag doch das hinter mir. What the fuck? Hab ich auch nicht gesehen. Ich dachte das wäre Tobi ohne Ekip hier. Ich denk schon. So schnell könnte die ganzen in den Boden schießen die Roten. Ich hätte die schon fast als Hicca beleidigt. Ja, nice. Dann wäre richtig lustig. Oh fuck! Flo, die grüne Army kommt. Äh, die gelbe Army. Brauch mal kurz deine Hilfe. Ja, ja. Ne, nicht ja, ja. Haben nur noch dreieinhalb Leben. Ich hab zwei Leben. Ich auch nicht mehr. Ah, von hinten kommt ein grüner. Tobi! Roter Alarm! Flo du wirst sterben. Sorry, ich muss weg. Ich hab ihn. Ja. Aber nein. Ich hab zwei Leben. Tom! Nice. Wieder ein bisschen Equip verschwendet. Warum nicht? Tobi, wenn, Tobi, wenn der jetzt, wenn der jetzt, wenn der jetzt recht hat, dass wir die Aufnahme verkacken, dann, ohne witz, bist du schuld. Ich hab noch ne Team Chess. Aber die rushen auch alle gleichzeitig, komischerweise. Vor allen Dingen, Gelb und Rot haben irgendwie zusammengearbeitet. Das war total strange. Pass auf, jetzt renn weiter, Tobi! Du kannst doch nicht mitten stehen, wenn wir ein Gelber auf dich zielen. Jetzt renn! Ah! Oh mein Gott. Ich hab nur drei Leben. Ich möchte nicht mit drei Leben und ganz voll Equip. Tobi, da zielt ein Gelber von rechts. Falls du es nicht bemerkst. Soll mir das doch. Ja, das hab ich versucht, dir die ganze Zeit klar zu machen. Aber irgendwie war es nicht so in deinem Interesse. Hier ist ein blauer. Oh Gott. Man, hätte ich mal am besten Bogen. Ich hatte am besten Bogen. Verdammt. Alter, du hattest sogar Bogen. So Leute, wollen wir? Ja, ich lass mich erst mal die Krippen. Sonst haben wir gegen den Country. Ja, hatte ich. Aber dann kamen die halt zu dritt. Und dann haben die mich alle gleichzeitig abgeschossen. Nice Flo! Was tust du denn? Ich mag halt keine Maps, wo man äh... Boah, Alter Flo, ne? Hey, der kommt auch locker. Der hat mich runtergebaut, ey. Tobi, komm los. Ja, du musst den Weg da vollbauen. Ja, ich hab auch nen Bogen und so. Ja, dann brauchen wir Flo. Dann schieß doch auch mal. Echt? Ich hab... Ja, Mann! Wie gesagt, von rechts zielt einer. Ne, diese... Ja, ist mir egal. Oh, wie wir die Runde locker gewinnen hätten könnten und jetzt verkacken sind. Oh mein Gott. Tobi lässt sich auch entschießen. Oh, nein! Meine Rettungsplattform hat nicht funktioniert. Der stellt sich aber auch in die Mitte des Weges. Ja, das ist echt so. Ich hab's dir zehnmal gesagt. Oh, jetzt lassen die uns nicht mehr raus. Jetzt schießen die immer von rechts. Hallo, ich hab mich sicher gefühlt. Da kommt einer. Ja, der wird uns jetzt einfach ficken, weil der einen Bogen hat. Mann, Torben, Alter. Jetzt streng dich an. Ja, ich streng mich die ganze Zeit an. Was macht der hier? Strenge mich die ganze Zeit an. Wie soll ich den ohne... Nein! Wie sagst du denn kein Knüppel, Flo? Der wird's keinen Bock mehr. Ich rush wieder. Boah, das war richtig knapp. Weil du fast hättest... Wenn du berufen hast, dass da einer kommt. Lass ihn. Nee, noch nicht. Ich hab ne Spitzkacke. Ich geh nur Unterstützung. Ich hab ne Spitzkacke. Lass mich durch. Ja, danke Flo. Echt. So was ist echt vorteilhaft. Weil ich hatte zwar ein Schwert, aber okay. Lass es. Baut mich am besten noch mehr zu. Es rennt auch einfach keine zurück. Jetzt kann ich mich... Mann, Alter, jetzt lauf doch mal, Torben. Halt die Fresse. Wie soll ich denn laufen, du Sackgesicht? Ich hab noch nicht mal ne Spitzkacke. Ja, komm, echt. Ja, super, Leute. Habt ihr wunderbar gemacht. Echt spitze. So war der Flo. Jetzt bewege dich. Ja, wie jetzt? Ich bin gerade erst mal gestorben. Vor allem haben die es voll auf uns abgesehen, weil du die richtig konvoziert hast, Torben. Das war echt unnötig. Ach, Torben, hinter dir. So, ich hol mir jetzt einen Bogen. Ja, die stehen direkt vor unserem Bett. Du solltest dich langsam mal beeilen. Ja, tut mir leid, dass ich... Nice. Nice. Jetzt hatte ich gerade den Bogen am Stürz. Jetzt bleib in der Base erst mal. Ja, ein Gold habe ich außerdem in den Villager geschossen, bei dem Stress aber ist ja nicht schlimm. Doch. Doch. Ja, Junge, das wäre besser, als hätte ich das zurück in mein Elemental gezogen und dann noch länger gebraucht. Also, im Nachhinein wäre es nicht besser gewesen, aber in dem Moment. Ein gelber noch in der Mitte. Ein gelber. Zu dem Moment. Oh, geil. Ein grüner rennt da auch noch ein. Jetzt hätte ich ein Schert gebraucht. Ja, hier, komm her. Jan, ich bin in der Mitte. Ich kann den bekommen. Wenn er weiter zum Rand gerannt wäre. Holy shit, Alter. Loll, liegt hier viel Gold. Da lag so viel Gold, das habe ich dem alles weg. Der hat mich zwar bekommen, aber... Junge, ich glaube, ich hatte 17 Gold. Ja, nice. Wieso hat der das nicht aufgesammelt? Ja, ist doch gut. Beschwer' ich doch nicht. So, weiter, weiter. Ich renne jetzt in die Mitte. Rennen die wieder? Ne, renn noch nicht in die Mitte. Wir gehen zu dritt in die Mitte. Wir rennen nur zu dritt in die Mitte, Leute. Ja, die kommen jetzt auch. Ich muss verteidigen. Ich habe noch zwei Gold. Leute, zwei Gold, schnell. Flori, komm her. In der Truje liegen ein Eisen. Hier Schwert. Ich brauche zwei Gold. Nice. Einen hast du verjagt. Die sollten nur noch einen Bogen haben. Ja, und dem habe ich richtig abgezogen, dem einen. Ups. Flo, kick den. Der hat richtig wenig. Ja, ich habe auch leider nur zwei. Moment. Ich versuche ihm noch einen Hit mitzugeben. Lass das nicht. Nice. Nice. Nice, Flo. Den hast du noch in der Luft totgekommen, oder? Ne, ich habe ihn runtergezogen mit einem Knoppel. Achso. Ich könnte sei doch, doch. Doch. Ich brauche einen Block, schnell. Oder speziell. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass ich sterbe. Komm her. Achso. So. Es ist wichtig, dass wir... Deine Verteidigungsplattform ist da unten übrigens, Tobi. Äh, deine Rettungsplattform. Aber ich glaube, du hast sie einfach zu tief gesetzt. Ja, ich weiß, aber die... Die hat mich einfach der Rück... Ja, klar. Falsch haben. Ja, Falsch haben. Kriegst Treps demnach. Ja, nee. Echt. Weil... Nur weil du gesagt hast, meine Rettungsplattform hat nicht funktioniert. Oh. Ups. Was habe ich getut? So, ich habe die Geschwindigkeit meiner Maus mal eben ein bisschen höher gestellt. Wo ist das Gold, Flo? Ich wollte einen Bogen. Bei mir schreit er dann immer... Oh, den habe ich jetzt. Jetzt soll ich ihn nur geben. Wenn ich meine Geschwindigkeit höher stelle, dann schreit er bei mir immer rein. 3600 DPI. Guckt, pass auf. Ich gebe euch eine kleine Demonstration. 6400 DPI. Da kommt ein Gelber. 3200 DPI. Völlig emotionslos. Da kommt ein Gelber. Ey, Torben. Ja. Leute, jetzt bewegt euch. Ne, noch nicht. Bewegt euch noch nicht. Doch, ich bin jetzt da. Nein! Das hältst doof. Nein, da ist ein Gelber in der Mitte bei Rot an der Seite. Da sind sogar zwei Gelbe in der Mitte. Ja, aber der eine hat nur einen Bogen. Ja, aber ich will nicht... Leute, habt ihr irgendwo Gold? Soll ich da hin? Nein. Hast du ein gutes Gekrypte? Dann bleib lieber hier. Gelb passt ja schon wieder einen Bogen. Die werden uns vielleicht sowieso ficken. Ich baue jetzt unser Bett ein. Dann können wir gehen. Ich will mir bis dahin nur einen Stärken. Pixel-Wookie ist tot. Einer ist tot, Leute. Der andere hat bestimmt richtig kassiert. Geht in die Mitte. Geht in die Mitte der CCC. Flo, komm in die Mitte, komm in die Mitte. Kommt schnell, komm schnell. Einer von Grün, aber lass ihn, lass ihn. Renn einfach. Eher von der Seite. Ja, wir haben die Mitte, wir haben die Mitte. Soll ich Grün aufhalten? Ja, ich halte Grün auf. Okay, ich hab die Mitte. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Haltet Gelb. Alles klar. Rot traut sich eben. Ne, Rot macht irgendwie nichts. Außer einmal ne Aktion, wo Flori drauf gegangen ist. Oh. Aua. Nochmal den Grün. Der schießt schon gut, dieser Fall. Der trifft gut. Der trifft gut. Aber, okay, wir waren... 4 Gold. Wir standen auch immer auf eine Stelle. Eine muss gut. Du musst gleich Grün schnell denken, ne? Ich muss in die Base. Florideck Grün. Okay. Ja, ich hab die. Ja, ihr müsst so bleiben. Ihr müsst so bleiben. Egal was passiert. Auch wenn die rushen. Weil sonst passiert... Jetzt hab ich ein Problem. Ja, ist egal. Du musst da bleiben. Die schießen auf mich. Was wird das denn jetzt? Du musst da bleiben. Die schießen auf mich. Na, also wenn ich jetzt draufgehe. Ich hab neun Gold. Ich hab nen Bogen. Ja, dann müssen wir... Das ist blöd. Ja. Ich brauch dich hier. Sag das doch. Ja, mach ich ja schon die ganze Zeit irgendwie. Wir müssen die beide einfach die ganze Zeit... Die können mit einem Sprung sind die hier. Ich guck mich ab und zu mal nach hinten um. Weißt du, was ich jetzt mache? Florideck mich. Was willst du tun? Ich hab einen, glaub ich, runter. Ne, ich glaub nicht. Doch. Doch. Nice. Einer, einer weniger. Okay, jetzt krieg ich's wieder alleine hin. Keine Sorge. Warte, ich hol ne Endertest, ne? Ja. Jetzt kommt aber schon der nächste wieder an. Ne. Tobi, beeil dich, Hopp. Hauptsache du beeilst dich. Jo, hab die Kiste. Jetzt. Ich sag mal kurz das Gold ein. Ja, mach ich schon. Boah, wenn ich jetzt runtergeschossen werde, ne? Ich raste. Ne, wir denken die gut ab, glaub ich. Grün ist clear. Ja, ich weiß. Oh, jetzt hätt er grad auf dich geschossen, aber ich hab ihn in dem Moment runtergezogen. Krass. Ja, ja, ich hab ihn in der Luft auch. Krass. Nein! Was ist passiert? Oh, nein. Im letzten Moment hat mich der Wichser bekommen. Hol einfach schnell die Kiste und komm hierher. Oder unten bogen. Also wenn du die... Ne, ich hol nur ne Kiste. Ja. Ja, aber ich hab Gold. Ein grüner. Ein grüner. Zwei grüne hinter dieser Mauer. Ich weiß. Ein Full Equipter und ein ohne. Tobi, hol einfach schnell die Kiste, okay? Mach nichts anderes. Ich hab 16 Gold. Ja, ich weiß. Die schießen mich runter, Torben. Keine Schnitte. Ich komm nicht hin. Ja, keine Chance. Ich kann's noch mal probieren. Ja, probier's immer wieder. Ein Gold können wir verschwenden, wenn wir dafür 16 kriegen. 20 sind's jetzt. Hauptsache du beeilst dich, weil die rücken immer weiter vor und es werden immer mehr. Ja, der Zweite schießt immer auf mich. Was macht der Flo? Den können wir nicht erreichen. Da ist doch gar keiner mehr im Moment. Doch klar, die sind hinter der Wand. Ah ja. Die können... Ah doch, ich hab den Zweien. Ich hab den abgeschossen. Bin durch, bin durch. Oh, jetzt kommen drei, jetzt kommen drei. Bau die Kiste, bau die Kiste. Oh, die Kiste, die liegt doch da bei uns. Ja, und jetzt renn zurück und tu den ganzen Shit aus der Kiste raus. Okay, ich ranne. Dödem. Dödem. Oder Springer den Abgrund. Ist mir egal, ja. Flo, ich brauchte ne Hilfe, die kommen zu dritt. Oder sind die Grünen auch noch da? Die Grünen sind da auch noch da. Oh fuck, Tori, beeil dich bitte. Hol dir den besten Bogen. Gold ist raus. Gold ist raus. Erstmal. Und vergiss keinen Warpower da. Ja, genau. Könntest du in die Kiste legen, ich hab keins. Ne. Geht klar. So, ich hab besten Bogen. Pfeil. Nice. Ich hab einen Grün. Ich halte die Gelben noch so lange wie möglich ab. Ja, ich muss das in die Kiste legen, ne. Flo, hast du den volleküpten Grün? Ich weiß nicht, welcher. Shit. Shit, ich bin so gut wie tot. Warte, ich brauch hier Hilfe. Flo, Hilfe, Hilfe, Hilfe Flo. Flo. Ja, da ist noch Grün. Ja, scheiß drauf. Gelb ist zu dritt hier. Und Gelb macht... Tausch doch einfach die Posys. Tausch doch. Ja, okay. Komm. Bist du bereit? Okay. Ich bin hier. Nice. Gut. So. Okay, ich bin equipped. Ich kauf mir noch Warpowder. Äh, dich auch Flo. Scheiß doch Flo, ich helf dich. Ich guck immer wieder nach hinten. Aber es ist wichtig, dass wir die Gelben... What the hell? Eben. Tobi Heilungstrinker. Pass auf, der eine Gelb... Ich kann mir nur zwei kaufen. Ist egal. Brauch einen, ich hab nur drei. Wichtig ist, dass du einfach kommst, Tobi. Mit dem besten Bogen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin tot. Das meinte ich. Ja, besten Bogen. Ja, was soll ich denn machen? Ich könnte nicht eher kommen. Einfach nur Bogen kommen und den Warpowder in die Kiste legen. Der gibt dir doch keine Schuld. Ich geb keinem Schuld. Ich meinte nur, dass du dich beeilen solltest. Ist gut. Ist gut. Okay, ich bin da, Top. Ja, gut. Schieß auf die Gelben, bitte. Ich hab den gut gegeben. Mein Bogen geht jetzt langsam kaputt. Ja, ich muss Sachen holen aus der Kiste. Okay. Beeil dich. Beeil dich! Fuck! Das war's, das war's. Geh weg! Renn! Gut. Hab ihn gehütet. Hab ihn gehütet. Hab ihn gehütet. Alles klar. Alles klar. Blo, es liegt noch 4 Gold. Tom, Heilungstrank. Komm her. Grün sollte kein Problem mehr sein. Pass auf, pass auf. Schieß, 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 schieß. Okay, ich hol mir auch Besten. Soll ich mir Besten? Ja, hol. Nein, hol Besten. Grün ist der Vollecrypte noch da, aber den nehm ich Tobin. Ich hol den. Nein! Nimm bitte die! Ich hol mir den. Einer ist kein Problem, aber 3 sind schon nervlich. Alter, die hitten echt krass gut. Ja, das ist wirklich so. Ich leg Gold in die Kiste. Floatru, deliver das nochmal kurz, wenn du noch in der Base bist. Ja, ja. Der hat 12, nice. Wir haben jetzt wieder 19 Gold in der Kiste. Gut. Das müssen wir sparen. Weil es ist sowieso, dass wir hier noch drauf gehen werden bei Team Gabe. Die spielen zusammen über TS halt und Rot baut einen Weg nach ganz oben. Ich denke, Rot-Vanity spinnen wir eben Taktik an. Aber das müssen wir erstmal hinbekommen. Ich weiß nicht bei welchem Team wir sind, weil gerade ist auch ein roter gestorben. Also die bauen sich so hoch, das sieht man wirklich noch nicht mehr. Bin down, bin down. Das sieht man noch nicht mal mehr mit Optif. Hallo! Ja, ich übernehme doch schon. Ich schieße sie ab. Flo Heilungstränke, ganz, ganz dringend. Jetzt glaub er's. Nice. Wir haben die jetzt echt gut getetet. Ja, die ziehen sich langsam zurück. Einer ist drin. Nice! Ja! Yes! Fuck, ich bin so gut wie tot. Top, ich hol dir den Heilungstrank aus der Kiste. Nee, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Floril, leg dich deinen Itemtest in die Kiste. Ach ja, stimmt. Ich tue nochmal Gold in die Kiste. Acht Gold sind wieder in der Kiste. Ja, ich tue die raus. Ja. Und dann musst du kommen. Das wird hier echt kritisch mit denen. Ob die nochmal ordentlich geht. Die sind nervig tatsächlich. Und die Folge geht schon 23 Minuten. Einmal kurz nach Grün umdrehen. Warte, ich kill mal kurz den Grün. Das könnte mal wieder so eine richtig lange Folge werden. Aber wir müssen hier nur das Team vernichten. Und der Rest ist ja Pillefatz. Oh. Ja. Hab den Grün. Der voll Equipten. Der wird leften. Lieben. Nicht leften. Oh, Grün ist nur einer. Ja. Tatsächlich ist mein Bogen gleich kaputt. Scheiße. Dann hole ich mir einen neuen, aber dann ist Flo ja da. Äh, ja Flo, stell dich am besten noch geschützter hin. Ups, ich wurde direkt mal gehittet. Ja, klar schießen die auf dich halt. Steht ein unequipter an der Enderkiste. Was wird der wohl machen? Oh Gott, Alter. Ich kann probieren. Gib mir mal Feuerschütz. Ich probier mich anzuschleichen. Ja, bei mir leckt's grad. Wir bräuchten ein TNT scharf. Schützt mich. Macht Dauerfeuer. Machen wir. Pass auf. Der darf nicht gucken. Okay. Hat er mich gesehen? Was meinst du? Weiß ich nicht. Ich kann das absolut nicht einschätzen. Die müssten deinen Namen trotzdem nicht... Aber das sind zwei Boys. Wir geben dir Dauerfeuer. Also, sobald die sich zeigen, werden die getroffen. Zweimal. Jetzt kannst du's versuchen. Ah! Jetzt oder nie, komm schon. Machen Ballsbam. Brauch Hilfe. Ja, renn weg, renn weg, renn weg. Nice. Hab einen. Flo dahin, Flo dahin. Beide. Hab beide. Dahin. Und rushen, rushen. Ich halt die Mitte. Einer hat noch Bogen, Flo. Der Plays. Der Gute hat den Bogen, renn doch nicht so offen da hinten. Werdet nicht zu unvorsichtig. Ja, der Flo. Ich bin tot. Flo, Alter, du bist so... Inkompetent, ne? Inkompetentes Stück Scheiß, Alter. Okay, Tobi, zurück, zurück, zurück. Fuck. Oder soll ich kommen? Soll ich kommen? Ja, hinter dir aber... Flo, übernimm die Mitte. Übernimm die Mitte. Wie denn? Ja, equip dich lieber. Komm, ich hab die mit Bogen. Ja, komm, ich bin da. Muss mich erst gucken. Ich lass mich vorrennen. Wenn ich drauf geh, dann ist das nicht so schlimm. Doch. Nein, ich hab keinen besten Bogen. Okay, lauf. Hier ist einer mit Trap, den krieg ich aber. Weiter. Ich bin durch. Mach das Bett. Boah das Bett ab? Nein. Ja. Okay, nice. Einer weg. Zweiter weg. Ja. Geil. Okay. Voll gewonnen, Leute. Nice. Puh. DJ. Aber das sehen die gar nicht. Wir haben das übrigens. Oh. Das war... Da war... Also wenn ihr euch das anguckt... Also wenn ihr das seht, ne? Wenden Respekt an euch. Ihr wart ein harter Gegner. Aber am Ende gewinnen wir halt trotzdem. So wie wir es gesagt haben. Weil wir gewinnen jede Runde. Boah, Junge, Alter. Zum Glück hab ich mich da doch noch angeschlichen. Ich wollte erst umkehren. Das ist einfach so, dass der Grüne kommt. Aber ist kein Problem jetzt. Jetzt... Ach der hat nichts. Ja, ich töte den eben. Ja, willst du Grün machen? Dann mach ich Rot. Ja, Rot ist eh weg. Das Bett kriegst du locker. Oh, er trinkt irgendwas. Vielleicht hat er ja doch... Ja. Er hat Unsichtbarkeit. Er hat Eisenschwert und Unsichtbarkeit. Er ist in der Mitte. Er hat mich ge... Äh... Pass auf die... Ist down. Ist down. Nein, ist okay. Florie, bist du in der Mitte? Jo, ich geh jetzt. Ich hab noch sein Schwert gesehen. Okay, ich töte Rot. Ich hab noch sein Schwert gesehen, aber... Ich hab noch sein Schwert gesehen, aber... Ich hab noch das Schwert gesehen, aber... Dieses Eisenschwert macht einfach so ein Knockback. Das ist nicht mehr nett. Ich baue mir hier so ein Parcours über seinen Weg. Ich will leider überall spinnen. Doch, gehst du zu Grün? Ja, mach ich. Okay. Weil... Dem hab ich jetzt gerade im persönlichen Krieg erklärt. Dadurch, dass er mich getötet hat. Mit keinem Equip außer dem Eisenschwert. Ach so, nee, dann geh ich. Bitte was? Das wirst du jetzt nicht tun. Lol. Ich hab ne Trap. Ja, aber du tötest jetzt gar... Du machst jetzt nicht den Grün. Das gehört mir. Das sind diese Effekte meiner Trap. Ich bin equipped und ich komme. Wir haben ja 30 fucking Gold in der Kiste. Dann hätte ich mir gar keinen Bogen Level 1 kaufen müssen. Richtig unnötig. Naja, egal. Ach, Flo, das war echt gemein. Der Rote geht jetzt gerade seinen Turm hoch. Ach so, der war in der Base? Ja. Komm, lass ihn mal. Lass ihn mal ein bisschen spielen. Lass ihn mal ein bisschen spielen. Ach ne, wir haben schon 8 Minuten. Erlediges. Das dauert noch ein wenig, weil der auch noch Rettungsplattformen hat. Rettungsplattformen da unten noch. Ach Gott. Mann, jetzt hat er da TNT-Scharf wegen gesetzt. Der ist ganz oben, oder? Ja. Oh fuck, der hat ja echt seinen Weg voll mit Spinnenwebe gebaut. Zack. Parcours. Bam. Bam. Boah. Dicker Parcours. Ich will auch hoch. Hey, das... Ja, geil. Da war wahrscheinlich... Den Parcours hab ich echt voll gut gebaut, oder? Ja. Weißt du was? Ich hab mal... Ich hab mal hier... Bei einer Folge bin ich mal hier hochgegangen. Und dann... Hab ich unten extra Spinnenweben hingesetzt. Damit, falls man runtergeschossen wird, man wieder unten weich landet. Und dann haben die Spinnenweben nicht funktioniert. Er hat mich. Er hat mich. Hi. Oh. Moin. Morgen. Wie geht's? Ich kann euch gar nicht sehen. Ah, jetzt... Lass mal so ein paar Zwischenplattformen bauen, damit man nicht so viel folgt. Ah ne, der Flo kommt ja auch noch. Ah, das macht der. Ich brauch Blöcke. Zick. Hä? Zick. Was? Zick. Das hast du gut gemacht, Torben. Bitteschön. Das bringt's, Torben. Jetzt baust du dich hoch. Ja, sicher bringt das das. Da kann man drauf landen. Gib mir mal bitte Blöcke, Torben. Ja, ne, eben nicht. Man kann auch auf die Leitern landen. Ähm, auf die Leitern. Auf die Leitern. Wo ist der denn? Ja, weiter oben flogen. Ja, ganz oben. Ach, da. Der wirkt gleich nicht, bevor der holt uns auf Bett so richtig eiskalt. Ja, das wär richtig unser Style. Oh, da kam TNT geflogen. Er hat mich. Das TNT hat mich. What the fuck, Alter. Der Typ gefällt mir richtig. Ne, der geht mir auf den Sack. Das ist es. Er weiß, dass er eine Lieder... Okay, er gibt nicht auf, aber trotzdem. Tschüss. Das muss ja jetzt echt nicht sein. Das macht die Folge wieder so ewig unnötig lang. Tobi, ich hab mal das ganze Gold verschwenden. Weil ich dachte, du kriegst ihn, aber hier kriegst du noch 19. Das ganze... What? Der hat mich... Oh, der hält rein. Loll. Schade. Flo, bist du auf meinen Blöcken gelandet? Ja, ja. Ja, bitteschön. Kein Problem. Wären die Blöcke da nicht, wär ich an den Leitern gelandet. Ne, das muss... Das muss ja nicht unbedingt sein, weil... Nein. Weil die Blöcke da vor den Leitern sind, also... Trotzdem sind die cool. Ne, mich hat auch so ein Block getötet, muss ich sagen. Ja, mich hat... Nein. What the fuck? Doch, jetzt ohne Scheiß, ich bin auf den Block gefallen. Ja, weil du da deine komische Zwischenplattform gebaut hast. Achso, ich war... Ey, das weißt du. Nein, du hast da deine Zwischenplattform... Nein. Man, hier ist das gemacht. Du hast dich zur Seite hoch gebaut. Nein. Sicher. Ich baue jetzt diese Block. Um zu dem hochzukommen. Boah, warte, ich sollte mir mal Blöcke gönnen, ne? Super. So, wir haben hier 24 Gold in der Ender-Kist. Ich hol mir gleich eine Ender-Perle. Ja, die bringt dir da hoch, aber nichts. Hol dir eine Gravitationsbombe. Schreib mal, du machst unsere Aufnahme unnötig lang. Die bringt auch nichts, die hält da oben nicht. Die fliegt nur runter und tötet dich. Nein. Ich hab mich auf meinem eigenen Pfeil getroffen. Beim Aufprall explodiert die, du Schlau-Kopf. Nein. Gravitationsbombe. Das heißt, sicher. Wenn du die da oben gegen wirst, explodiert die. Du musst es nur schaffen, die MS macht da oben. Richtig. Und das ist die Challenge. Aber ich hole jetzt eine. Ich hab noch mal ein bisschen was in die Team-Chests getarnt haben. Ähm. Ja, ich hab die schon gelehrt. So. Gravitations... Ja, aber ich hab da noch was reingetan. Jo, ich seh schon. So. Ah ja, praktisch. Wer ist das Gold hier rein zu tun, Torben? Ich bin echt Genius. Ich baue mich einfach auf der Rückseite hoch. Dann seht ihr mich nicht. Das Floor. Äh, der Rote rennt zu uns, ne? Torben, der rennt zu uns. Tatsächlich. What the fuck? Wie hat er es gemacht? Was hat er gemacht? Der ist in seinen Weg gesprungen. Was hat er denn gesagt? LOL, ist das ein freaking Genie? Ich bin nicht bei uns. Oh, lol. Ach so, der war bei uns. Alter, der hat einen Bogen. Ist das ein Genie? Der hat das einfach alles geplant. Junge, Vorsicht, Vorsicht. Der hat einen Bogen. Er hat alles... Er hat alles geplant. Klau das Gold da raus. Hab ich, hab ich. Ja, und den Stackeisen lässt er da drin. Hä, der ist doch eh voll geküllt. Was soll der damit? Alter. Der hat... Von vornherein also seinen Weg damit... Tobi, hättest du alles zugebaut, ne? Aber nein, du musstest ja so einen scheiß Parcours darüber bauen. Wie viel Gold hast du? 38. Gib her, gib her, gib her. Hol ne Enderperle und Stacke. Wir sehen uns, Leute. Jo. Tobi, geh nicht drauf. Geh nicht zu dem Team. Ich mein, deswegen zu gelb. Ja, gut. Da kann man gut schießen, aber... Ja, hier kannst du nicht getroffen werden. Wir haben den ganzen Perfekt zugebaut. Bei uns. Der portet sich. Der hat sich geportet. Der ist bei sich wieder. Ganz sicher? Weiß ich nicht. Ich hab nur den Kreis gesehen. Ja. Ne, ja. Der kommt hier. Unser der hat sich jetzt aufgelöst. Okay, ich hol mir Stärketrank lieber dann. Also entweder war er schon hier. Ich hol mir Stärketrank und ne Enderperle. Der Rest lege ich wieder in die Ender. Ich... Ne, hol mir auch eine. Okay, ich hab dir auch ne Enderperle noch geholt. Mhm. Ich denke, der hat unsichtbarkeit. Shit. Ja, dann hat er keine Chance. Wir sind alle voll equipt. Selbst wenn er uns zwei Schläge mit dem Eisenspett gibt. Picker. Äh, der... Bei uns ist die Brücke kaputt, ne? Da hat er irgendwie ein Schaf explodieren lassen. Alter, den darf man nicht nicht unterschätzen. Ja, hab ich. Gut. Die setz ich aber erst ein wenig runtergeschossen werde. Ist der bei Rot? Ich renne jetzt zu Team Rot. Wenn ich runtergeschossen werde, werfe ich die Enderperle. Ist der da nicht hochgeklettert? Nein. Nein. Dann ist der bei uns. Ja, dann ist der bei uns. Dann hat der nur angetäuscht. Ja. Florian bleibt trotzdem nochmal bei Rot. Da ist er, da ist er. Er ist mitten auf dem Weg. Hä? Wieso macht er das denn so einfach? Ich hol den mal. Macht ihr den? Boah, ich löse schon wieder eine Treppe aus. Er macht Bospam. Zurück. Moment, ich hab ja gar keine Rettungsplattform. Ich hab ja nur ne Enderperle und da ist kein Ziel für ne Enderperle. Ja, das war es jetzt. Ja, meiner. Mann, nur. Gigi. Gigi. Ich war am besten. Ja klar, wer hat die denn ja alle zerstört. What the fuck? Der Rote war einfach am besten. So ist es. Und ja Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ähm. Ihr könnt natürlich auch, um nichts mehr zu verpassen, gerne abonnieren. Dann seht ihr nur noch solche geilen Runden von uns. Ah. Also Flo war nicht der Beste. Und ähm. Ich war der Beste. Ich hab euch alle gefickt. Oder ich war der Beste. Wenn ihr Bock habt. Ja. Dann schaffen wir auf diese Folge 70 Likes. Hä? Ich sag 90. 90? Uh. Ich sag 60. 65. Nein, ich sag 60. Leute, also wenn ihr richtig krass habt. 90 bis 100. Wenn ihr 100. Dann macht ihr 100. Ja? Ich sag jetzt 100. Und wenn ihr mir einen Gefallen tut, dann macht ihr 100 Likes. Okay, ich sag 101. Mann, das ist unfair. Weil die Folge kann ja unglaublich lange noch online sein. Und dann... Ich glaub wenn... Ich glaub wenn... Okay, das steht. Flo sagt 65. 110. Nein, wir legen dann Zeitraum fest. Nach einer Woche. Okay, nach einer Woche 100 Likes. Okay, stopp. Der Verlierer muss irgendwas machen. Alles klar. Damit es lustig ist. Der Verlierer muss... Ja, das entscheiden wir noch. Das geben wir euch noch mit. Ich will die Folge zeigen. Also Leute, denkt dran. Über 100 Likes auf jeden Fall. Weil dann hat Flo definitiv verloren. Ja, was? Aber es gibt nur einen Verlierer. Der, der am weitesten weg war. Eine Woche. Okay. Ja. Was biete ich denn dann? Du hast 65 gesagt. Das ist tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich. Nein, das gilt doch nicht. Ja okay, dann sag... Warte, stopp. Ähm... Wir können mit Slash P unsere Werte einfach in den Chat schreiben. Unsere neuen. Für eine Woche. Okay. So, warte. Ähm... War eine Woche, ne? Bist ready? Ne, warte noch. Warte noch. Warte noch. Warte. Pfff. Pfff. Mann, jetzt kann man... Das Problem ist, jetzt kann man nicht mehr nachdenken, was ihr so habt. Weißt du? Ja, dann... Okay, warte mal. Leute, ihr schafft die Zahl. Ohne Witz. Ihr schafft die Zahl. Ich hoffe auch. Aha. Und dann bleibt bei der Zahl. Danach, nach der Woche könnt ihr liken des Todes diese Folge. Aber erstmal bleibt bei dieser Zahl dann. Fertig? Shit. Ich tue jetzt was ganz gewartet. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr noch mehr Likes geben wollt. Dann machen wir halt ne komische Sache. Dann habt ihr mehr Likes gegeben. Aber... Okay, shit. Die Zahl schafft ihr, Leute. Ich schaff das. Drei. Zwei. Eins. Go. Oh. Oh, Flo. Heiße. Leute, ihr schafft die Zahl. Okay? Ihr macht das. Nein, ihr schafft 95. Ja, wenn die 95 schaffen, dann schaffen die auch 103. Also, ihr schafft 103. Gebt Gas. Ja, schafft einfach 103. Dann ist der Flo der Verlierer. Ey, Leute, schafft einfach niemand Liked. Niemand. Nein. Leute, gebt so viele Likes ihr könnt. Ich schwöre es euch. Gebt so viele Likes ihr könnt. Keine Likes. Also... So viele Likes ihr könnt. Flo hat, lasst es raus. Nein. Wenn ihr einfach mir einen Gefallen tun wollt, gebt so viele Likes ihr könnt. Ey, der Tor hat ja jetzt schon die richtige Karte. Der ist hier genau in der Mitte. Das heißt, der hat schon mal nicht verloren. Äh? Das stimmt. Ja! Doch, 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 doch. Eben. Das ist mega unfair. Egal. Ähm. Ja, Leute. Gebt einfach so viele Likes. Wir freuen uns natürlich auch alle. Auch selbst wenn wir der Verlierer sind über so viele Likes wie ihr. Ich bin dann der unparteiliche Schiedsrichter und darf mir eine Strafe ausdenken. Unabhängig davon. Du würdest dich natürlich auch freuen, wenn wir so die 200 Likes nach einer Woche haben. Ja. Ja. Ne, macht die einfach in der zweiten Woche. Also, liked einfach richtig krass, Leute. Wir sehen uns in der nächsten... Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Und tschau. Liken nicht vergessen.